Hallo liebe Freunde, willkommen in der Taverne. Ich hab mir ein wenig Mut angetrunken, nur um euch dieses Video zu präsentieren. Haha. Ne, Spaß beiseite. Stufe 26 erreicht eben gerade bei einer Quest. So, ein bisschen Geld habe ich ja gerade. 406 Tacken und ein paar Pilze eingebüßt. Ein paar ist gut, ne? Hm-hm. Ich verliere hier irgendwie jedes Duell, weil ich mich nicht skille, sondern meine Münzen jetzt beieinander halte, weil nämlich... ...ich jetzt die Festung hab. Haha, was ist das denn? Hochwertiger Dung der epischen Superkräfte. Ein Stück Scheiße. Na, ist ja schön. 5000. Ja, warum nicht? Gib ihm. Machen wir. So, Fernseher flattert hier auch fleißig rum. Schauen wir mal in die Dungeons. Ach ja, geht ja nicht. Ha. Aber hier komme ich auch nicht weiter bei dem Skelett. Das dauert noch ein bisschen. So, 10 Pilze habe ich noch. Da würde ich mir heute wahrscheinlich neue kaufen müssen. Aber jetzt schauen wir erstmal in das, was mich am meisten interessiert. Nämlich die Festung hier. Mit unserem Steinbruch und dem Holzfäller. Ist alle schon fleißig dabei. Und die Festung kriegt ein Upgrade auf Stufe Nummer 3. So. Könnte ich sofort mit 7 Pilzen beenden, aber ich hab ja Zeit. Für ein Stündchen Ausbau, das ist ja nix, ne. Dann können die beiden Sammler hier weitermachen. Beide Stufe 2. Festung wird jetzt gleich Stufe 3 dann. Also heute dann. Und dann baue ich mir die Edelsternmine auf. Na, das ist ja auch nur so ein kleines Ding. Aber montan läuft ein anderer Bauvorgang. Und so ist das halt. So, ab wann kann man sich dann die Akademie bauen? Ab Stufe... Steht da nicht. Steht da nicht. Das ist ja wunderbar. Schatzkammer könnte ich schon bauen. Das weiß ich. Kaserne. Weiß ich nicht. Schmiede. Naja. I am very excited und so. Kuchendämonen hat eine Münz gespendet. Das ist aber sehr nett von dir. Sehr umsichtig. Vielen Dank dafür, dass du uns nicht vergessen hast. Ja. Gucken wir doch gleich mal in die Rangliste. Ich bin auf Platz 998. Oh. Ja. Mäh halt und so. Schauen wir mal. Platz 1. Bin ja nicht ich. Aber ich bin besser als 98,47% aller Spieler. So, Stufe 1. Olaf Zottelbart immer noch. Ja. Epic. 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 Kein Epic. Oder? Ja. Kein Epic. Kein Ethik. Äh, Ethik. Genau. Also ich habe zwei Epics gesehen. Kann ich sein. 1, 2. Ja. Zwei Epics hat er. Und natürlich auch ein paar Edelsteine drin. Stufe 52 gleich mit, äh, Nord W9. Auch ein Kundi. Und hier oben sind alles Kundis. Und dann kommt Magi. Dann kommt ein Krieger. Oh. Schicke Rüstung. Schicke Rüstung. Schicke Rüstung. Muss man euch lassen. Oh, ich kriegerei hier. Ganz schön viel HP. Hat er. Das muss ich ihm auch lassen. Oh, vor Freude ist die schönste Freude. Nicht schlecht. So, schauen wir mal auf die Gilden. Wir könnten ja mal einen Gildenkampf machen. Einfach mal, um zu sehen, ob wir stark genug sind. Und zum Beispiel eine Gilde, die einen Platz über uns ist, zu besiegen. 150. Habe ich gerade nicht. Hm. Vielleicht habe ich es irgendwann mal. Und dann einfach mal so, just for fun. So, hier bin ich jetzt mit 25er Ausbaustufe dabei. Platz 400 irgendwas. Ja. 476, um genau zu sein. Platz 1 ist über 100. Aber warum ist das nicht sortiert? Ach, die haben Ehre. Aber was ist denn hier Ehre? Wo kriegt man denn hier Ehre her? Muss man hier jetzt Gilden damit bekämpfen, oder wie? Bekämpft man jetzt hier Gilden dann, oder? Äh, nicht Gilden, sondern, ähm, andere Festungen. Das weiß ich jetzt nicht. So weit war ich noch. Nee. Generell so weit nicht, ja. Ja. Das wäre jetzt erstmal so alles. Moment, bin ich auf Platz 1000 jetzt? Genau, auf Platz 1000. Nice. Nice, nice. Ich habe übrigens, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Charakter. Ich habe, ha, einen Sockelplatz hier im Plattenpanzer. Und hier auch einen mit den super flinken Fingern. Haha. Ich habe zwar noch keine Edelsteine, aber ich habe schon Sockelplätze. Und ich habe jetzt 20% bei meinem Album. Huah. Yay. Album. Yay. Und so. Dann gehen wir ins Glücksrad. Drehen unsere 10. Pilze weg. 36 Holz. Schwert. Bisschen EP. Bisschen Gold. Bisschen mehr Gold. Bisschen Stein. Bisschen EP. Bisschen Holz. Mehr Holz. Äh, noch mehr Stein. Noch ein bisschen Gold. Und ein bisschen arm bin ich jetzt auch. Ich habe nämlich genau 0 Pilze. Ich kann glaube ich heute nicht mehr nachtrinken. Da muss ich ja mal schauen jetzt. Äh. Genau. Taverne. Ach ja. Genau. 9 von 10. Wenn ich Glück habe, irgendwo noch ein Pilz finde, kann ich sogar meine 300 Alu machen. Das erste Mal auf diesem Server. Yay. 300. Und das Schwert ist besser. In Stärke und weniger Geschick. Schön. Das hat zwar einen Sockelplatz hier. Ist trotzdem nicht besser. Also. Weg. Einfach weg. Ganz schnell einfach weg. Einfach weg, damit ich das mir nicht angucken muss. Was ich da falsch gemacht habe eventuell. Ist mir egal. So. Das ist alles schlechter hier. Das kostet sogar Pilze. Ja. Ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Hier können wir mal einen Punkt reinsetzen. Dann haben wir genau bei 200. Ja. Ich kann eigentlich ein bisschen skillen. Hier einmal rein. Da ein bisschen. So ein bisschen. Hier ein bisschen was ihr kriegt. Hier auch ein bisschen. Erhöht mein Geschick und Co. Ja auch gegenüber anderen Kundschaftern und gegenüber Magis. Das sollte man ja vielleicht nicht außer Acht lassen. Auch gegen andere Klassen ein bisschen im Kampf stehen zu können. So. Das reicht. Dann kriegt die Gilde noch ein bisschen was vom Geld. Betragsspenden. Nur so die Hälfte. So. Und dann gibt es natürlich hier. Lehrmeister. Level up. Level 10. Das wäre erstmal alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns. Macht's gut. Und tschüss. Das briele ist. Menggep 않았ungsweise. Musik